Hallo und herzlich willkommen bei uns auf Skyliefenster Co. Ich begrüße euch zu Lego der Hobbit. So, ich bin Sully und neben mir sitzt... Äh, ja, hier ist der Tinkerbell. Hallöchen, grüße euch. Ähm... Adzog der Schender. 1 von 10. Äh, okay. Du bist ja bei mir nicht jetzt immer. Warum habe ich denn vorhin diese Dinger nicht gesehen, die Namen da oben? Das weiß ich nicht. Ja, ist ja, ich bin kaputt. Ich konnte nicht überhören, dass einer deiner, ähm, geschätzten Zwergengäste vorhin ein Gericht namens Pommes erwähnte. Ich möchte das selbst einmal probieren. Wenn ich etwas namens Kartoffel hätte, könnte ich es zubehalten. Sie sollen in den Felshöhlen wachsen. Was? Felshöhlen? Haben wir davon welche? Äh, Kartoffel hätte, glaube ich nicht. Ich konnte nicht überhören, dass einer deiner, ähm, geschätzten Zwergengäste vorhin ein Gericht namens Pommes erwähnte. Ich möchte das selbst einmal probieren. Wenn ich etwas namens Kartoffel hätte, könnte ich es zubereiten. Felshöhlen waren. Sie sollen in den Felshöhlen wachsen. Ja, ist gut. Dann, ähm, so. Hm, wo geht das hinter? So, dann gehen wir hier. Ja, da wir ja relativ erfolglos waren, ähm, und immer noch sind. Leider. Ähm, wenn ich jetzt die Metriestein nicht bekomme, ähm, wenn wir mit der Story fortfahren, erstmal, weil ich weiß nicht, wie wir zurückkommen, nach Hobbingen zum Beispiel, oder Brede, ähm, hier haben wir keine Statuen, ähm, wenn wir ohne Statuen nichts zurückkommen, ne, also, ähm. Ah, leider. So, toll, wo ist jetzt hier, ähm, Hä, wir müssen sich da lang, da unten lang. Wieso ist das scheiß Spiel, das war verarschen, ey, das ist doch echt nicht normal, ey. Wo ist denn die Stats? Hier pitt schon wieder einer? Symmetriestein da oben, oder was ist das? Ich kann nicht sehen. Ah, da oben. Ja, da war es doch mal ein Elb. Ja, da war ich die Pflanzen, ja, okay. Ab zur Story. Hm. Wo? So, Ziel löschen. So, okay. Ab zur Story. Wir haben noch keine Elben, also von der Warte. Leck und Mio, an der Fettung. Hm. Naja, du bist doch schon auf dem Weg. Ich weiß nicht, wo ich hin nicht bin. Ja, hinterm Wasserfall, was ja auch, äh, denk ich mal, der Story Richtig war. Was soll denn das hier? Auf Rutsch, Ben. So, ich brauche jemanden, der klettern kann. Ja, äh, Name, mir entfallen, haben wir nicht. Oh, kann die Kamera sich mal drehen? Mann, ey, ist doch zum Scheißen. Gott, das ist ein Miststück, ey. Ich geh mal hier hoch. Boah, ist irgendwie der bis der scheißbekloppten Kamera los. Ich glaube, ich sollte auf dich warten. Ich brauche eine Weile, bis ich hier ankomme. Ja, deswegen. So wie es aussieht, weil erst mal weht die Kamera nicht. Ich warte hier oben mal. Ich bin zu wenig mit meiner Wassernähe. Ja. Ich bin bunt, und da rein? Nee. Ja, weiß man ja alles nicht. Oh, da muss ich lang sein. Ja. Okay. Tü, 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 tü. Ich könnte vielleicht keiner in der Steppe machen. Oder auch nicht. Oder doch. Ich brauche sie hier mit der Spitzhacke. Pantoffeln? Wenn du mir erzählst, wie ich zu den Briefumschlägen komme. Ich brauche sie hier mit der Spitzhacke. Ich brauche sie hier mit der Spitzhacke. Ich brauche sie hier mit der Spitzhacke. Ja, und hier ist ein Hammer. Ja, gut. Die scheiße Kamera ist doch zum Heulen. Ist das doch. Und wie witzig ist das Scheißding nicht. Meine Güte. Was ist denn da? Ist das ein Virus oder was? Nein, das ist zu weit ins Wasser. Ja, zu weit ins Wasser. Zwei Zentimeter. Oder Millimeter, wenn es hochkommt. Ja, jetzt kommen sie all zu dir da. Super. Aber das gibt es doch gar nicht, ey. Kannst du einfach in Ruhe laufen. Gossen springen. Kannst du einfach laufen. Dann können wir hier sehen, was passiert ist. Jetzt ging es so komisch. Aber ja. Jo, hier kommen die auch nicht rein. Doch. Doch, ist Wasser. Ja, wir sind natürlich wieder Silber. Ist klar. Ist ganz glänzend. Ja. Genial. Ah, du kommst. Das ist so nett. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Endlich. Ja. Ich war hier schon eine Stunde. Schön, was wir machen. Dann will man schließlich auch mal Erfolge irgendwie haben. Aber die kriegen wir nicht. So. So. Kommt du, Donnerstag? Kommt du, Donnerstag? Dann würde dies nicht als weise erachten. Freitag. Sag mir, Gamba. Hattest du im Ernst geglaubt, es bliebe unbemerkt, was du im Schilde führst? Der Drache beschäftigt euch schon lange. Hier ist etwas am Werk, das viel bösartiger ist als Morg. Eine Morgul-Klinge. Sie sprechen von einem Nekromanten in Dol Guldur. Ein Hexer, der die Toten wieder auferstehen lassen kann. Gandalf. Sauron wurde bezwungen. Er wird seine volle Stärke nie wieder erlangen. Doch das Anliegen dieser zwergischen Unternehmung beunruhigt mich zu tiefsten. Meint Herr Elrond. Die Zwerge. Sie sind fort. Warum bin ich jetzt alleine hier? Gute Frage. Das möchte ich auch gerne wissen. Das ist ein geiles Phänomenen. Warum bin ich jetzt alleine hier? Das möchte ich auch zu gerne wissen, weil... Ja, drück dann mal was. Na, nicht den. Schlicht. Okay, aber anscheinend musst du alleine spielen. Nee. Was? Du kannst Pause machen? Ja. Mir wird schlecht. Du bist nicht im Spiel, sondern du kannst Pause machen. Boah, dann spüren wir schon alleine. Nee, anscheinend bist du alleine und nur unterwegs. Und die anderen Gefährten sind, weiß ich nicht. Sonst wo? Ein Bettchen und schlafen? Ich kenne das nicht, dass man alleine spielt. So habe ich nie gesehen. Hm. Sehr eilenartig. Oh cool, gut gesprungen Schatz. Äh, ich will zum Bratschlag der Elben des Eisnern ans, setzten die Zwerge ihre Reise zum einsamen Berg fort. Ihr Weg führte sie über den hohen Pass, wo sich das Wetter zunehmend verschlechterte. Ja klar. Sie sind am Leben! Ja, scheint dann wieder, ähm, als wäre alles normal, glaub ich zumindest. Ja, sieht so aus. Okay, wer bin ich, wo bin ich, da bin ich. So, wer bin ich und ich bin... keine Ahnung. Ähm, doch, wem haben wir denn alles hier? Äh, Bifo haben... ist ein Bifo oder was? Ich hab schon mal ein Minikit! Lass mal los! So, sehr schön. Äh, was mit dem Stecher hier? Haben wir einen Bogen? Äh, Bogen, Bogen, Bogen? Gute Frage, warte mal! Äh, ich glaube natürlich nicht. Äh, doch! Warte mal! Nein, gehen wir weg! Oh nein! Wo sind drei Stecken Benutzung? Fili ist nicht da. So. Kili ist ja auch nicht da. Wo ist denn Kili? Den hast du doch! Den hab ich gerade gefunden, ja? Ja, der hat einen Bogen, da. Häng mal ran da. Äh, tut mir leid. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin nicht da, wo du bist. Ich bin ganz woanders. In meiner Kruppe. Toll, klasse! Wieso fall ich hier gerade im Arsch runter? Warte mal! Ja, da brauchen wir natürlich hier die... Toll. Warum schien die woanders? Deswegen konnte ich die noch nicht auswählen. Ja. Ja, da oben ist ein Brief. Würde man zum ersten Mal einen Brief kriegen? Ja. Aber, klasse. Würde natürlich versaut. Scheiße. Ah, du bist unter mir. Hier, unter mir bist du. Ja. Also heißt das, du musst... Also ich muss den Weg nach oben finden. Das wird nicht klappen. Das wird nie klappen. Das wird nie klappen. Äh. Das wird nie klappen. Äh. Irgendwie... Ich muss ja... Ich muss ja hier weiterkommen. Ich muss ja hier weiterkommen. Ich kann ja hier nicht ganz kurz... Ich muss nur warten. Ja, da muss man warten. Ja, da muss man warten. Nein, wie geht die Pär jetzt? Ja. Ich bin so eine Stangenpfeife. Na, na, na. So. Oh, jemand? So. Du! Ich kann jetzt weiter hier nichts mehr machen. Jetzt brauche ich eine beschissene scheiß Kurbelwelle. was kann man mich verarschen oder sowas? die habe ich hier. das ist noch ein größer verarscher. toll, voll neben geschissen. die grünen dinge brauchen wir davon aber so wenig. schmeiß weg den dreck, braucht da keiner mehr. ja vielleicht muss ich erstmal noch was schaffen hier. keine ahnung was. so eine kohlenbülle habe ich. äh, skelette. hast du skelette? ja, wir haben keine weise reingehen kann. aber ja, ist das. ja komm, stell dich nicht so an. über hier. so. so, das ding ist jetzt für dich schon wieder ablassen. okay, wo ist das? unten. ah, hier. warte mal. ja, hab ich dir extra abgelassen. so. okay, dann wer geht's? weil jetzt kommt nicht. ah, 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 ah. weil jetzt kommt nicht. weil jetzt kommt nicht. ich muss mich nicht weiter, weil jetzt ist ein galtes selber hier, wie ich sehe. und du kannst die Dinger geholt machen, ich nicht. warum weiß ich nicht. so, jetzt kommt die Maßen dran. ha, geil. aber bist jetzt da, ja? hm, 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 nicht ganz. ne, shit. ich dachte, wir können uns, ähm. endlich treffen? ja. ja. ja, das ich auch. ist ja gefährlich, ja. so, hab grad einen Rimmel für uns. das ist nett, ja. ähm. oh, alter. ich konnte nicht kreisen, ja. schaats. jo, eine, ähm, bah, Aktion für den nächsten. ähm. ah, super. hier haben wir den. äh, wie ist der falsch? alter, willst du den Ding zu Frisse haben? also, ne. so. oh, das ist doch mal ein bisschen eine Pfeife oder eine Memme. oh mein Gott. man gibt den Charakter her. ja. wie kann denn das? hör du die Scheißlinge ja gar nicht. oh. der hat die Scheißlinge doch. das gibt's. das hast du ausgepackt. halt hier, ey. stell dir ein Weichbrötchen. das gibt's doch gar nicht so was. oh, ich brauch ne Spitzhacke. das ist ne Spitzhacke. damit ich, äh, äh, das da wegmachen kann, was da hinten ist. natürlich, denn speziell bin ich hier auch nicht da hinten. nein. so. so. so, die letzte. 3. boah, alter, hier fällt lauter Scheiße runter. Hast du eine Spitzacke? Ja ich weiß ja nicht was du mit Spitzacke meinst. Zum Felsen hier kaputt machen. Da. Den blauen du hast. Ja. Den kann ich machen, ja. Ja toll, aber ich nicht. Scheiße, alle daneben. So, ich brauch wieder jemanden Namen, wenn mir entfallen ist. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Warum ist der schon wieder aufgetaucht? Keine Ahnung. Toll. Wie heißt denn der mit dem Namen entfallen ist? Wo ist das denn? Ich brauchte noch kurz hier ein bisschen was, damit ich da hochkomme. Ah, lass mich. Lass los. Kannst mich loslassen. Ach so, ich brauch den... Ah, hier ist gut. Oh, da ist ein Minikit da unten. Wie komm ich an das Minikit? Wo ist Minikit? Unter mir. Ähm... Jetzt kannst du vergessen. Du siehst ja, dass man da einen da hinten frei machen muss. Scheiße, hab ich Gandalf hier? Ne. Ich hab nicht Gandalf, ne? Ich hab gerne noch, warum nicht? Ach, Gandalf ist ja... Ah, nee. Die haben sich ja ohne Gandalf auf den Weg gemacht. Ja, weil jetzt die Zwergen... äh, wir sind die Zwergen und ne? Und ja... Verdammt. Was gefehlt. Hey, komm ich nicht an das Minikit. Ich bin an das Minikit gesehen und komm ich gar nicht an. Ja, ich komm mal irgendwie zu dir oder sowas. Aber ähm... Was glaub ich nicht? Ich glaub ich ist ein Flegel. Hab ich ein Flegel? Hm, das weiß ich nicht. Ich brauch ein Flegel. 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 Ich brauch ein Flegel von euch. Mann, das ist jetzt... Härte mal die Fresse, Mann. Ich brauch einen Flegel. Stein schleider. Der eine muss ein Flegel haben. Irgendjemand hat ein Flegel. Du hast die spitzen Hande, die ich brauche. Ja, ich brauch ein Flegel. ich hab keinen flegel wofür brauchst du einen flegel? wenn das kommt zum flegeln ja, ich hab keinen flegel bei mir schön hier achso, den hab ich ja die kette ja, brauch ich hier ach du scheiße, lass mich jetzt mal wieder ja toll, ich kann nicht oh, warum haben die nicht gemacht, dass ich hoch der dann kann oh, ist doch scheiße ich komm jetzt glaub ich gar nicht mehr weiter möchtest ne ich komm nicht weiter komm hoch da ja das wieder äh okay ich hab keine ahnung für mich jetzt relevant ist äh, das war meine Küste, die ich zusammengebaut habe ah ah nächste minikett oh shit mal alles versaut hier du bist jetzt etwa da wo ich bin oder was lass los jaaa auf der höhe ja gut für mich gar nichts man würde niemals mehr anfang zurückkommen aber wir müssen ja scheiß bauen ja das ist ja echt nicht mehr normal äh boah haben wir davon wenig das ist ja echt nicht mehr normal okay okay ich halte mich jetzt hier raus so, was ist das? äh hm, was ist das? rechts, 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 rechts äh rechts, unten äh links, rechts, ja äh eins drüber oh scheiße ja, ich komm nicht hoch hinweg deswegen klemmt das so bescheuert weil ich nicht hochkomme so ganz oben wer hat hier Mist mit Scheiße gedrückt 7000 ah, wenn man ist beschissen, dann weiß ich es zu falsch spielt ja, dann muss man deswegen läufst du beschissen, weil ich 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 hab's auf der x-ray schon mal angetestet gehabt und da hab ich noch nie so beschissen abgeschnitten oh, ich komm weiter ja, dann gehen wir zusammen ja, aber jetzt kommen wir nicht mehr zurück kein Donnerfreund es ist eine Donnerschrift Riesen Steinriesen ooo 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 oho ooo wo bin ich, wer bin ich? okay, hier muss man ganz vorsichtig sein oooh das merke ich schon äh, geh mal weg hier so, ok, das sollten wir dann aber auf den nächsten Tag verlegen, Schatz ja, die Freude haben wir, Gott sei Dank ja, deswegen ich bleib auch ganz brav stehen, ich leg meinen Controller weg damit gar nichts passiert so, Schatz ja, ok, ich bring den mal hier ab, ja äh, da unten wird er nichts mehr sein, ne ich guck dann da man kann ja nichts sehen, also aber abschließen dürfte man jetzt nicht okidoki, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder wenn es hier, ähm, auf dem, was ist das für ein Typen? Golem? keine Ahnung ja, ich sag Steinriese ja, Steinriese, wie auch immer, ja, genau dann wiedersehen, ne bis danni tschüss 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 mach einen Sali ja, und ticken wenn natürlich Ciao, ciao. Bye. Bye.